Niemand könnte Maleficent spielen außer Angelina Jolie. Sie erneut in einem schwarzen Umhang und den Hörnern zu sehen, ist sehr aufregend. Ich bin sicher, euresgleichen sieht das genauso. Die Leute hatten ein sehr einseitiges Bild von Maleficent, aber jetzt kennen wir sie besser. Tut es? Der Film behandelt die Frage, sind wir alle gut oder alle böse? Was genau wollt ihr denn damit andeuten, Majestät? Angelina umgibt diese Aura und dieses Charisma. Ich danke euch außerordentlich. Sie spiegelt die ganze Kraft von Maleficent wieder. Sie ist eine Naturgewalt. Maleficent ist nicht einfach böse, sie ist eigentlich verspielt. Sie ist nicht von dieser Welt. Sie ist atemberaubend. Maleficent ist ein unglaublicher und phänomenaler Charakter. Hallo, Monsterchen. Ich liebe Maleficent. Sie ist wie mein alter Ego. Sie ist eine Ikone. Menschen sind urkomisch. Maleficent. Mächte der Finsternis. mutte der Finsternis. Untertitelung des ZDF, 2020